Michaela Wiese ist bei BMW zuständig für den Active Tourer, der ja drei Neuheiten in einem Auto darstellt. Er ist Van, ein Fronttriebler und hat einen Dreizylinder. Frau Wiese, warum werden sich BMW-Fans für ein Raumauto erwärmen? Also allererst einmal sieht er aus wie ein typischer BMW. Sie werden sich also nicht an ein neues Design gewöhnen müssen. Ansonsten ist es ein sehr kompaktes Auto mit viel Platz im Innenraum. Sehr variabel, mit verschiebbarer Rücksitzbank, mit einem Beifahrersitz, den Sie umklappen können. Sie haben einfach viel Platz in dem Auto, Sie können vieles transportieren. Und ich glaube, unsere Kunden sind aktiv, sportlich unterwegs, haben meistens viel dabei. Und da bietet dieses Auto einfach alle Möglichkeiten. Sie haben es sportlich schon angesprochen. Was hat denn BMW getan, um diesem Autofronttriebler das typische BMW-Fahrgefühl anzuerziehen? Also das Thema Frontantrieb ist ja für uns nicht mehr ganz neu. Wir haben das ja mit dem Mini schon seit über zehn Jahren jetzt eigentlich im Haus und auch viel Erfahrung damit. Wir haben bei dem Auto natürlich auch dafür gesorgt, dass er sich durch die Fahrwerksauslegung, das Lenkverhalten, Bremsen etc. auch fahren wird wie ein echter BMW. Noch so ein Tabuthema, Dreizylinder. Ist das nicht ein halber Motor? Was kann ein Dreizylinder besser als ein Vierzylinder? Es ist in gewisser Hinsicht schon ein halber Motor, aber ein sehr guter Motor mit einem tollen direkten Ansprechverhalten, mit einer guten Soundentwicklung. Es ist ein sehr effizienter Motor. Sie haben hier einen Verbrauch von 4,9 Litern und 115 Gramm CO2. Aber insgesamt versuchen wir natürlich mit dem Drei- oder Vierzylinder-Motor jeweils unterschiedliche Leistungsstufen abzudecken. So neu diese Active Tourer ist, es geht ja noch weiter in diesem Programm. Was kommt denn dann noch? Es wird nochmal ein größeres Fahrzeug kommen, dann auch mit einer optionalen dritten Sitzreihe, also einem Siebensitzer. Lassen Sie sich überraschen. Ein Siebensitzer vom BMW? Huh, mich schaudert. Glauben Sie, dass bei BMW jemand kalte Füße bekommt, nachdem ja auch der E3 schon sehr ungewöhnlich war? Also der BMW 2 Active Tourer sieht aus wie ein echter BMW. Er fährt sich wie ein echter BMW. Also kalte Füße kriegt hier keiner.